Heute gucken wir uns mal die Giphy API an. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um Giphy bzw. die Plattform mit den vielen, vielen Millionen Gips. Wie der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, ich war letzte Woche bei den Web Summit 2019 in Lissabon und dort war ich bei einem Talk von dem Giphy-CEO, der dort ein bisschen was über die API und die CDK erzählt hat. Wir werden heute im Prinzip einfach ein bisschen was mit der API rumspielen. Damit starten wir auch gleich. Wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, unten in der Videobeschreibung ganz oben ein Link zu Discord. Kauft einfach mal vorbei, sagt der Community Hallo und ansonsten ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Hier diese Seite, die Developer-Giphy-Seite ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr direkt auf diese Seite gehen, müsst ihr euch dann noch suchen. Hier wird einiges vorgestellt, was man so alles machen kann. Das Wichtige, was ihr als erstes machen müsst, was ich im Vorfeld schon getan habe, ist hier auf Get Started klicken und hier landet ihr in der Developer-Übersicht sozusagen. Hier oben ist ganz entscheidend, hier wird bei euch wahrscheinlich ein Create-Account oder Login-Button oder so etwas sein. Wenn ihr hier draufklickt, ist bei mir halt schon ein Account vorgelegt. Was heißt, ihr müsst euch ein Account erstellen, um diese API nutzen zu können. Hier findet ihr auch jetzt gerade ungeschönt einen API-Token. Das hat mehr oder weniger den Grund, was es bedeutet, zu dem Zeitpunkt des Uploads des Videos ist diese App schon wieder gelöscht und damit der Token ungültig. Was heißt, wenn ihr den abschreibt, das wird nicht funktionieren. Ihr braucht wirklich einen eigenen Account und müsst dort euren eigenen API-Token generieren, euren eigenen API-Key. Grundsätzlich, was machen wir heute? Wir werden hier ein bisschen was mitarbeiten. Was heißt, auch diese Seite hier ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr findet das auch hier unter API Endpoints und dann hier unter Random Endpoints. Und das werden wir heute bauen. Das heißt, wir werden hingehen und sagen, immer wenn ich eine Seite neu lade, soll ein neues GIF angezeigt werden. Das ist eine ziemlich dumme, aber ganz witzige Geschichte. Und wir werden damit ein bisschen was machen. Das heißt, wir werden unseren API-Key brauchen. Wir werden später auch ein Tag oder mehrere Tags mitgeben, um unsere Results ein bisschen einzugrenzen, um beispielsweise GIFs zu einem bestimmten Thema zu zeigen. Man kann natürlich auch noch andere Attribute hier mitgeben oder natürlich auch andere Endpoints mitgeben, wie beispielsweise Trending. Das heißt, dort kriegen wir im Prinzip quasi eine Liste, glaube ich sogar, wo die meisten oder meist genutzten Geschichten da sind. Hier kann man das eingrenzen, wie viele man kriegt. Wir werden, wie gesagt, heute mit dem Random Endpoint arbeiten. Diese sind aber alle ziemlich gleich. Das heißt, ihr könnt die alle nutzen, je nachdem, was ihr vorhabt. Grundsätzlich, wie können wir das Ganze, also wie gehen wir vor? Wir haben hier unsere API. Ihr habt jetzt euren Account erstellt, habt euren API-Key. Jetzt brauchen wir noch irgendeinen Weg, mit der API zu interagieren, also beispielsweise HTTP-Calls und so etwas zu machen. Und hierzu werden wir Axios nutzen. Diese Seite ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist einfach ein Promise-Based HTTP-Client für Browser und Node.js. Ich nutze es sehr gerne, es ist leicht, schnell einzusetzen und wird vor allem in einigen größeren Projekten, wie beispielsweise Nest.js oder so etwas, genutzt. Daher kenne ich ihn auch, daher nutze ich ihn auch. Und wie gesagt, das Ganze ist ziemlich cool. Was heißt, ihr müsst einfach hier wieder ganz normal NPM-InStyle Axios einsetzen. Das machen wir gleich aber auch noch. Und dann können wir hier mit einer ganz normalen Funktion, die werden wir uns quasi so copy-pasten, gleich ein bisschen was machen. So, aber wie fangen wir jetzt an? Damit legen wir jetzt erstmal richtig los. So, los geht's mit unserem heutigen Tutorial. Wie immer findet ihr alles in der Videobeschreibung, beziehungsweise halt dort CodePen für den Code und auch die Live-Entwicklungsumgebung, die ihr seht. Ich habe hier einmal wie in meiner Main-Sass, die ist quasi uninteressant. Ich habe hier nur gesagt, die Bilder sollen nur 50% der Größe des Screens haben. Das Ganze schließen wir jetzt. Hier ist auch in unserer Index.html alles relativ uninteressant, bis auf dieses Image-Tag, wo wir hier einfach ein random Giphy-ID haben, wo wir später den SAC-Pass ändern, um dort das GIF darzustellen. Können wir aber auch schließen, machen wir nichts mit. Unsere Functioned-S, wie ihr seht, ist noch komplett leer und hier an der Seite machen wir auch nichts, deswegen schließen wir das. Und was machen wir jetzt als erstes? Ihr müsst euch Axios installieren. Das Ganze geht über npm install Axios und ist ohne Videobeschreibung in der Documentary auch nochmal ausführlich verlinkt. Ihr könnt hier jetzt einfach sagen, okay, wir fügen das Ganze hinzu und wir brauchen hier noch einige mehr Variablen, die ich mir jetzt einfach zusammen copy-paste, um etwas Zeit zu sparen. Und zwar als erstes brauchen wir unsere API-URL. Das ist im Prinzip hier URL. Wir nennen die jetzt einfach mal API. Wie ihr seht, HTTP, HTTPS, API, giphy.com, V1, GIFs. Das nächste, was wir machen, ist unseren API-Key. Den habe ich am Anfang gezeigt, wo ihr den herkriegt. Dieser hier wird nicht funktionieren, falls ihr überlegt, den abzuschreiben. Und das nächste, was wir brauchen, unser Random-Build. Sagen wir einfach Document, getElementById und dann Random-Giphy. Da wird später halt unser Bild reinkopiert. Und was wir auch machen werden, wir haben jetzt hier Tags. Unser Tags ist Simpsons, werde ich später nutzen. Hier könnt ihr natürlich alles reinschreiben, was ihr wollt. Das ist auch keine Pflicht. Was heißt, auch wenn das leer ist, wäre das später egal. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir brauchen eine Funktion, die wir halt wiederverwenden können. Man sollte immer alles so bauen, dass man es wiederverwenden kann. Was heißt, wir sagen jetzt hier eine Variable, getRandomGiphy. Und hier haben wir eine ganz normale Funktion, die wir theoretisch jetzt später aufrufen können. Und zwar rufen wir die, ups, das wollte ich nicht. Ich wollte die einfach nur kopieren. Rufe die hier unten einfach auf. Und so würde das halt wunderbar funktionieren. Wenn ich das jetzt speichere, funktioniert alles. Wir kriegen keine Fehlermeldungen und nichts. Was wollen wir hier später customizen? Was heißt, als erstes brauchen wir Axios. Was heißt, wir wollen hier eine Axios-Get-Abfrage starten. So würde das Ganze jetzt wunderbar funktionieren. Wir wollen jetzt aber etwas machen, wenn etwas erfolgreich ist. Was heißt, wir sagen wenn. Hier sagen wir Klammer auf und sagen Response. Was heißt, wenn etwas erfolgreich ist, soll uns unsere Funktion hier erstmal console.log unser Response loggen und mehr erstmal nicht tun. Natürlich sollte man, wenn man einen HTTP-Call macht, immer einen Catch einbauen. Was heißt, irgendwas kann immer schief gehen. Unser API-Call funktioniert nicht mehr. Hier auch Klammer auf. Error. So, unser API funktioniert nicht mehr. Unsere API-Key funktioniert nicht mehr. Irgendwas anderes klappt, sollte der Fehler gecatcht werden. In unserem Fall sage ich jetzt console.log, Klammer auf. Mache hier Anführungszeichen, sage get random gif und ich Klammer auf, Klammer zu. Das ist einfach so eine kleine Art Notiz für sich selbst, dass da der Fehler aufgetreten ist. Hier sage ich Komma und logge unseren Error, der aufgetreten ist. Wie das Ganze gleich aussieht, werde ich zeigen. Und was Axios typisch ist, ist hier eine Funktion, die heißt Finally. Finally ist eine Funktion oder ein Punkt, der immer ausgeführt wird. Was heißt, alles was hier drin steht, wird immer ausgeführt. Und was heißt, egal ob das Ganze positiv, dann wird nur das hier ausgeführt. Wenn alles negativ ist, nur das hier und das hier unten, wird immer ausgeführt. Was heißt, wenn ihr irgendwas habt, was weitergehen soll, irgendwas, was getriggert werden soll, nachdem die Funktion ausgeführt wurde, in Finally, wir machen damit jetzt erstmal nichts. Was heißt, wenn wir das Ganze jetzt so abspeichern, lädt die Seite hier neu, es passiert nicht wirklich was. Auch wenn ich hier unsere Konsole aufrufe, steht hier nur, unsere Error-Funktion hat getriggert. Was heißt, getrandomgif und hier cannot read Geschichte, weil das Ganze undefined ist. Was heißt, hier in unserer get-Funktion müssen wir etwas definieren. Da sage ich jetzt einfach mal Anführungszeichen und sage hier API. Zack auf, zack auf, kopiere hier unsere API rein. Was heißt, das können wir global halten. Was heißt, unsere Giphy API können wir beispielsweise irgendwo in einer Environment-Variable halten oder sowas. Das sollte auf jeden Fall global sein, damit wir die für alle Funktionen in einem Rutsch ändern können. Das nächste hier hinter wollen wir unseren Endpoint ansprechen. Unser Endpoint sollte eventuell, wir sagen jetzt mal hier nicht randomgif, wir sagen einfach mal getgif, weil vielleicht wollen wir später auch ein gezieltes Gif. Unser Endpoint wollen wir hier manuell definieren können. In unserem Fall sagen wir hier einfach, unsere Funktion erwartet ein Endpoint. Den wollen wir hier unten auch übergeben. In unserem Fall sagen wir wie gesagt random. Unser Endpoint fügen wir dann hier einfach mit ein. In unserem Fall sagen wir jetzt, okay, jetzt wollen wir wirklich unser random Endpoint. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir hier, wir haben einen Fehler bekommen. Allerdings sehen wir hier auch schon, unsere Funktion hat funktioniert. Was heißt, wir greifen auf unseren random Endpoint zu. Aber was hat jetzt nicht geklappt? Hier steht nur Request failed with 401. Wenn ich jetzt unter Network gehe, sehen wir hier unseren random Endpoint. Klicke ich drauf, sehen wir hier unter Preview, auch unter Response, die Meldung, hey, hier muss ein API-Key rein. Diesen API-Key halten wir ja normalerweise auch in einer Environment-Geschichte und sagen hier jetzt einfach Fragezeichen, API-Key gleich. Und hier sage ich jetzt API-Key, wollen wir hier drauf zugreifen. Wenn ich das Ganze jetzt speichere, sehen wir hier, es hat wunderbar funktioniert. Wir kriegen keinen Fehler mehr, sondern ein Data-Objekt. Wenn ich hier jetzt auf Data klicke, können wir jetzt auch hier nochmal auf Data klicken und sehen hier unser komplettes Objekt. Was heißt, wir können jetzt hier unter Response auf Data.Data zugreifen. Und wenn ich das jetzt hier öffne, sehen wir hier, wir haben unseren Giphy, unser Giphy-Datenobjekt. Hier sehen wir Image Original URL. Darauf wollen wir zugreifen. Das heißt, ich sage jetzt mal das, speichere das alles ab und jetzt haben wir hier einen Pass. Und wenn ich jetzt hier neu lade, seht ihr, diese ID verändert sich jedes Mal. Und wir kriegen jedes Mal ein neues Bild zugewiesen. Das funktioniert also wunderbar. Und wir können damit jetzt schon mal eine ganze Menge machen. Und zwar wollen wir hier jetzt zusätzlich unser Objekt, also wo wir das später hinzufügen, übergeben. Was heißt, wir sagen jetzt hier Objekt.src gleich. Und jetzt nehmen wir einfach diesen String hier, fügen den hier ein. Das unten können wir löschen. Zack. Und in dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, passiert erstmal nichts, sondern wir kriegen einen Fehler, weil unser SRC bzw. unser Objekt hier, was wir hier definiert haben, ist hier unten noch nicht definiert. Wenn wir unsere Funktionen aufrufen, in unserem Fall ist das unser Random Image. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir hier, wir kriegen einen Random GIF. Ich kann das jetzt neu laden und es funktioniert wunderbar. Aber ihr seht, es sind einfach irgendwelche Random GIFs von Giphy. In unserem Fall wollen wir jetzt unsere Tags, die wir hier definiert haben, auch noch übergeben. Das heißt, wir sagen jetzt hier, Komma Tags. Und sagen hier hinter jetzt ebenfalls und Tag gleich, Dollarzeichen, geschweifte Klammer auf und zu. Und sagen jetzt hier, wir wollen jetzt hier unsere Tags hinzufügen. Und hier unten können wir jetzt entweder einfach ein String reinschreiben oder was ich oben gemacht habe, unsere Tags kopieren, hier unten einfügen, speichern wir ab. Und ab jetzt kriege ich nur noch Simpsons Random GIFs ausgewiesen. Das heißt, ihr könnt mit den Tags auch eine ganze Menge machen. Wir können jetzt hier auch beispielsweise hingehen und sagen, Komma Homer, speichern wir ebenfalls ab. Und in diesem Moment ist irgendetwas falsch gegangen. Und zwar gehen wir hier mal drauf. Was hat nicht? Cannot get of und defined. Wahrscheinlich ist das hier falsch. Ja, jetzt funktioniert das. Und zwar haben wir jetzt unser Giphy. An unseren Header übergeben wir jetzt halt mehr. Und zwar nur noch Homer GIFs. Theoretisch kriegen wir jetzt, wie ihr seht, nur noch Homer GIFs. Das könnt ihr natürlich customisen, wie ihr Lust und Laune habt. Ihr könnt hier noch viel mehr hinzufügen. Und die später hier einfach mit hinzu adden. Grundsätzlich ist das alles, was ihr braucht, um mit der Giphy API zu arbeiten. Ich selbst habe es auf einer Website verwendet. Wie genau, werdet ihr dann sehen, wenn ich darüber ein Video mache. Grundsätzlich schreibt auch mal in die Videokommentare, wie ihr die Giphy API verwenden würdet. Oder was ihr damit vorhabt. Es sind wahrscheinlich ziemlich witzige Ideen dabei. So, das war es wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, sagt einfach Hallo, hinterlasst euren Kommentar. Und ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr dort auch Patreon oder Amazon Affiliate. Und ja, sonst sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao. Bis dann, viel Spaß undusion. Bis dann, viel Spaß und Dienstag. Bis dann, viel Spaß undores ethernet. Bis dann, viel Spaß und es dabei auch. Untertitelung des ZDF, 2020